So, jetzt geht's dir wieder gut, ja? Alles klar, dann wird hier weiter gesammelt. Ach, wir sind schon auf 16er Tiefe. Ach, du Schande. Wie gut, dass mir die Karte das weist. Dann sind wir ja auf Diamantenjagd. Übrigens, so kann ich den Hund nicht schlagen. Wenn ich gedrückt halte. Nur beim gedrückt halten. So, da oben ging's in die Höhe. Ich muss das irgendwie machen. Boah, das ist ja Hammer. Das ist ja voll krass dem Hammer hier. Hund, komm mal. Komm mal, Hund. Also so ein Unbreaking 1, ich glaub, den hatte ich letztes Mal auch gemacht. Der ist völlig unsinnig. Ach Gott, hier geht's noch tiefer. Äh, ja, dann. Und wenn du jetzt in die Lava fällst, dann hast du echt einen an der Waffel. So, ich muss mal hier ein bisschen tiefer bauen. Und damit du auch hier hochkommst. Na, also, es funktioniert doch. So, hier muss ich grad nochmal runter. Den, ach, schön, schön, schön. Was hab ich jetzt nicht dabei? Nee, nichts dergleichen. Ich hab, na, natürlich, das Minecraft dabei. Richtig. Dann schauen wir uns, oh. Oh, seht ihr, was ich sehe? Bling, 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 bling. Diamanten. Nehmen wir uns das, was wir brauchen. Vorsicht, Hund. Vorsicht, Hund. Und Vorsicht. Pass bloß auf, Junge. Ich sag's dir im Guten. Wenn ich den wegläube, entsteht sowieso wieder ein neuer. Ah. Help. Help. Was habe ich getan? Ich muss gerade mal flüchten. Hilfe. Ho, 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 ho. Oh, Moment, den muss ich mal gerade hier irgendwie stoppen. Das geht ja mal gar nicht. Äh, da und da und da. So, dann hüpfe ich mal hier rüber und dann mache ich Hund. Mach keinen Scheiß. Und da. Und da. Und jetzt noch da und da. So. Ja, komm, werd weniger, Junge, werd weniger. Du hast da unten nichts mehr verloren. Zack. Dann schließe ich dich einfach rein. Ach, das geht doch gar nicht. Was macht denn der da? Boah, mit so viel Lava habe ich gar nicht gerechnet. Na toll, also kommen wir doch nicht mehr so einfach da hinten dran. Dann muss ich jetzt hier vorsichtig drüber steigen. Äh, ich sollte auch noch mal ein bisschen einleuchten, äh, ausleuchten. Zwischendurch. Hoch. Was ist denn das? Da war ich schon. Alter, was ist denn hier passiert? Bis hierhin bin ich schon mal gekommen. Oh, wie krass. Ja. Erkenne ich das wieder? Dann ist das ja doch nichts Neues. Aber dann holen wir uns wenigstens das versteckte Eisen hier. Ach, da ist nix. Ne, gut. Dann direkt weiter. So, zum dir. Haha. Übrigens, es ist sehr warm. Boah. Boah. Du. Boah. Ist ja der, aber. Ist ja der Knaller. Jetzt bin ich aber total Ich bin baff Ich bin baff Hundi Hast du das gesehen? War das ein Enderman? Boah, ich krieg hier grad voll die Krise Ich muss mich doch mal hier hochbuddeln Schön vorsichtig Schön vorsichtig Ne, hier ist kein Enderman, hier ist nichts dergleichen Puh, wir können grad mal wieder runter So, hier Moment mal gerade, hier muss ich aber auch noch eine Treppe ausheben Das war's schon Gold und Eisen Auf den Reisen So, das sieht nicht Doch, das sieht gut aus Da kann ich noch drüber Und hier kann ich auch noch drüber Und den krieg ich so Den krieg ich auch so Und weg und weg Und den mach ich jetzt mal auf Und den auch So, jetzt wird's tricky Eins, zwei Hey, Hund Pass bloß auf, Junge Wo du mich reinschubst hier Äh, erstmal ausleuchten Oh, was ist hier Zeug? Hallo Kohle Ja gut, ich lass jetzt mal nicht einfach so den Berg liegen Ich nehm sie mal mit Äh, ja Ich nehm sie mal mit So, jetzt hab ich's aber auch Redstone lass ich liegen Haben wir ja noch ein bisschen was von, ne So ein kleines Bisschen Was ist denn das hier? Alter Sag mal Müsst ihr immer zeitgleich kommen? Hey, hängt noch einer rum? Oh, Mensch Das hört ja gar nicht auf Gut, dann bin ich jetzt doch in einer halbwegs neuen Höhle gelandet Ich brügele so lange mit der Fackel auf dich ein Bis du aufgehst oder verbrennst Verbrenne Verbrenne Okay, jetzt, äh, muss ich passen Komm, komm Peng, peng Hehehehe Junge Boah, wo bin ich denn hier gelandet, Mensch? Das sieht gar nicht mal So übel aus Hm So, ich fress jetzt erstmal was Energy Boah, und eine Hitze Ich sag es euch Eine Hitze Vorsichtig um die Ecken gucken So, hier haben wir's endlich geschafft Wir haben einen komplett ausgeleuchtet Dann schau ich mir das Ganze mal an Ah, hallo Decke Hallo Eisendecke Leuchten wir kurz an Und dann nehm ich mal alles mit Was hier unten im Boden ist Södele Und das auch noch Ach, ja So ein bisschen Kohle So, da oben haben wir auch noch Kohle Die, äh, kann ich ruhig in der Decke lassen Ist mir jetzt egal Jetzt laufe ich weiter Hier, Eisen kommt auf jeden Fall mit Eisen müssen wir auf jeden Fall haben Weil die ganzen Schienen kosten uns enorm viel an Eisen Und vor allen Dingen auch an Gold Hallo, hallo Ich muss mal kurz hier hoch Äh, ich muss mal kurz hier hoch Ich weiß, wie ich überhole mich jetzt Aber Ich muss mal kurz hier runter So Hundi, wie geht's denn dir? Ja, du bist, äh, gut drauf Oder was? Komm, tu den Knochen mal wieder weg Gib mir mal die Zombie-Hand in die Hand Lass mal stehen Komm, einen kannst du vertragen Komm mit, mein treuer Gefährte Wir reisen in die Tiefen der Höhle Zum ersten Mal Auf seiner Mission Mit Begleitung So, und jetzt können wir die Schaufel gebrauchen Bam, 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 bam Tja, ihr seht's Eine Schaufelei Gucken wir mal Vorsichtig hier um die Ecken Vorsichtig Oh, das sieht auch aus wie geschaufelt Wisst ihr was, das macht jetzt alles ab Zack, zack, zack Und da auch nochmal Ja, ja Das war's.